1.100 Höhenmeter an der Brockenstraße. Mein GPS zeigt 1.106. Mal sehen, was die Höhenlinien sagen. Der Pfeil ist knapp unter der 1.100 Höhenlinie. Ich denke mal, das Schild sollte vielleicht 100 Meter weiter oben stehen. Dann wäre es korrekt. Zumindest nach der topografischen Karte und die ist korrekt. Das Schild nicht.